hallo und herzlich willkommen zu einer hunde astrolore so jetzt laden wir mal schnell das bild so da sind wir wurde wieder angegriffen ne da sind wir Queste glaube ich na gut dann drehen wir erstmal schauen was kommt Geld, Erz und die Minibots cool dann orderen wir mal schnell neue Minibots 540 konnte ich mit 2000 schon das, ne das war natürlich 3000 ja und der da unten das waren 6000 jup und die Starbase war auch 2000 aus na gut aber so den 1 satellite noch repariert ach das dauert auch anderthalb Stunden ok den brauchen wir ja nicht wir können auch so jetzt in die Arena reingehen wir haben hier noch einen Satelliten dann gehen wir mal in der Mitte und sagen einfach ein anderes Modell wir spielen gegen Aliens mit 700 Credits Einsatz also das war bestimmt schwer aber ich denke mal das war trotzdem schaffen denn das ist ja nicht allzu schwer gegen ein paar Alien zu spielen so kein online außer ich gut da gehört mir alles was hier rumliegt und genau das kann so so ja ja Ach, die Weihnachtszeit ist vorbei, da gibt es keine Erbsen mehr auf der Strecke. Na, ich treffe auch gar nichts mehr. Äh, jetzt aber, den unten. Ach, Mensch. Nein, nicht mehr einfach. Ach, Glück gehabt. Ah, jetzt hab ich doch noch ein Wurscht. Mensch, 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 Mensch. Mensch, 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 Mensch. Aber man kann nicht mal da drauf drücken und dann zu lang ziehen. Woher man merkt sich die Zeilen, dass das 1, 2, 3... Langsame Laser ist richtig übel, macht richtig viel Spaß. Ja, das ist ja auch ein Wurscht. Gut, 1600 Credits übrig und... ...221 Micro-Dinger. Jetzt hab ich genau 2500. Boah, ja, perfekt. Dann bauen wir mal ganz schnell hier meine Basis aus. Das war der hier, ne? Ach, ne. Der war das. Unsere Forschung ist ja noch im Gange. Und... Ich würd' mal sagen, da machen wir mal schnell noch ein Kampf. Ich muss auf jeden Fall noch einen Bosskampf machen. Aber... Ich bin noch so klein dafür. Ich würd' mich einfach so wegflexen. Es gibt 16 Spieler, die gerade spielen. Und keiner, der dieses Modus spielt, was ich spiele. Nicht gerade sehr viel Beteiligung bei dem Spiel. Am Anfang fand ich das Spiel auch ein bisschen besser. Da hängt alles ein bisschen flotter. Jetzt mittlerweile muss man immer lange warten, um irgendwas zu machen. Und... Das ist ein bisschen doof, wenn man dann warten muss. Wenn man dann zu lange wartet, dann verliert man irgendwann mal die Lust der Zeit hoch. ... Ah, was denn? Hehehe Ich allein ging 6 Stücke ich bin doch schaffend Das war's für heute. Die Runde, die kann jetzt ziemlich lange dauern. Ich muss erstens hier immer in Bewegung bleiben. Das war's für heute. Das ist auch nicht schuldschild. Das ist auch nicht schuldschild. Das ist auch nicht schuldschild. Nein... Ach... Schuldschild ist wieder. Das Gute ist, dass der Computer seinen Schuldschild nicht wieder aufladen kann. Das ist ein langsamer Laser. Das ist nicht schuldschild. So, schauen wir mal... Was für die Schuldschild zu treffen... und im Chat will ich nicht nein, ich wollte doch schießen fliegen na ok aber 6 ging ein, das ist richtig unquer aber ich denke mal, richtig da sind zwei Tresore ich bin Ich weiß nicht, was er ist. Ich weiß nicht, was er ist. Oh, was ist hier jetzt? Ich schnappen wir uns auch gleich. Der Lunge Erz. Ach, ich trage auch gar nichts hier. So, jetzt. Da ist wieder ein Tresor. Ach, den Rammer jetzt. BAM! Jetzt sind es nur noch zwei. Wir sind ja schon voll am Schlitz sind. Oh, jetzt ist es leider nicht mehr so spannend. Gerade war es schlimmer. Jetzt haben wir noch einen. So, dann schauen wir mal, ob da noch irgendwo ist. Nichts mehr rum. Dann können wir den jetzt so platt machen. Ganz schnell. Ähm. Mist, Mist, Mist. Das ist auch ein bisschen stärker wie ich. Also, ich will nicht weiter weg fliegen. Ah! Nimmt das denn gar kein Ende mehr hier. Ja! Ja! Ich muss schon. Jetzt bewegt er sich auch noch weg 1 Schuss, dann ist er dran Yes Baby, ich habe es geschafft, nicht gegen 6 Das ist gut, die brauche ich, habe 119 verloren, 70 wieder gekriegt Wenn wir wieder zur Reparatur gehen Der repariert den Satelliten immer noch Ok, ein Tag, also morgen wird der hier fertig sein Und wir gehen auf Kapitän, auf Schiff und reparieren Wir brauchen noch ein paar Also, dass wir da noch ein bisschen drin sind, kann ich immer noch einen Kampf ziehen Aber ich glaube, ich habe das auch schon lange noch gespielt Die Runde war, glaube ich, richtig lang gewesen So, dann gehen wir wieder auf die Basis zurück Wir bauen hier die Teile Da haben wir die gerade bestellt Wo wird die ja wohl noch, klar Aber jetzt erstmal nicht So, ich würde sagen, das war's für heute Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen Ich würde mich freuen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen Tschüss, tschüss